Ärztemangel auf dem Land, den gibt es nicht nur bei Humanmedizinern, sondern immer öfter auch bei Tiermedizinern. Im Bayerischen Wald beispielsweise gibt es schon jetzt Probleme, freie Tierarztstellen zu besetzen. Eine Entwicklung, die sich bald auf ganz Bayern ausbreiten könnte, mit fatalen Folgen, beispielsweise für die Landwirtschaft. Dabei ist der Ansturm auf Studienplätze im Fach Veterinärmedizin nach wie vor enorm. Was sind also die Ursachen für den Tierarztmangel auf dem Land? Steffi Heiß. Samstagmorgen, 8 Uhr. Seit einer Stunde ist Tierarzt Leopold Deger im Einsatz. Ein Notfall. Das Kälbchen liegt quer im Motorleib. Jetzt muss es schnell gehen. Geschafft. Das Kälbchen lebt. So, willkommen bei uns. Ich bin so glücklich, wenn es dann auch lebt und wenn es der Kuh gut geht. Weil eine Geburt ist immer eine der intensivsten Behandlungen, die wir haben. Ein typischer Einsatz für Leopold Deger. Als Nutztierarzt muss er sieben Tage die Woche für die Landwirte da sein, rund um die Uhr. Ständige Erreichbarkeit. Viele junge Tiermediziner wollen das nicht mehr. Gerade Frauen schrecken auch vor dem hohen Krafteinsatz zurück, heißt es. Ein Argument, das Deger nicht gelten lässt. Wenn ich normalerweise zu einer Geburt komme, dann ist es so, dass der Landwirt schon eine Weile dran war. Und die Landwirte, die sind alle kräftiger als ich. Die sind alle mehr kreuz. Wenn es am Kraft alleine mangeln würde, dann hätte es schon längst funktioniert. Wenn ich komme, dann hat die Kraft eigentlich schon versagt. Ich habe eine Kollegin, die hätte es genauso gut hinbekommen. Die hat nur heute nicht Dienst. Trotzdem, die Zahl der niedergelassenen Nutztierärzte in Bayern sinkt seit Jahren. Die meisten entscheiden sich für Kleintierpraxen mit geregelten Öffnungszeiten. Eine fatale Entwicklung für Landwirte wie Hermann Streit. Auch dieses Kalb konnte nur mit ärztlicher Hilfe zur Welt kommen. Schon das zweite diese Woche. Der macht das immer in der Woche wahrscheinlich, der Tierarzt, oder alle 14 Tage. Und der hat einfach die besseren Handgriffe da draus. Ohne Tierarzt nicht auszudenken. Wenn man das Kalb wieder rausbringt, fresset das Kalb, stirbt nachher ab. Und die Kuh wird nachher sich auch einmal aufgeben. Weiter geht's zum nächsten Einsatz. Mit dabei ist heute auch Praktikantin Cara. Sie studiert Tiermedizin im vierten Semester. Für mich ist es unheimlich toll, einfach mal ein bisschen Praxis zu machen. Mitzukriegen und mal mit rauszukommen und auch mal zu sehen, wie das eigentlich später sozusagen gelaufen wird. Eine Kuh muss besamt werden. Routinearbeit. Leopold Deger ist es wichtig, Studierenden immer wieder die Möglichkeit zu geben, ihm über die Schulter zu schauen. Er glaubt, viele haben heute einfach Berührungsängste. Die Generation von meinem Chef waren die Tierärzte alle männlich, selber aus einer Tierarztfamilie oder aus der Landwirtschaft kommend. Heutzutage ist das nicht so. Durch den Numerus Clausus sind es einfach EinzelabiturientInnen, die da reingeraten. Berührungsängste sind größer, weil viele aus der Stadt kommen. Viele Städte und ein Frauenanteil von 85 Prozent an den Unis. Wir fragen nach an der Tierärztlichen Fakultät in München. Die meisten hier stören vor allem die Arbeitsbedingungen. Natürlich möchte man ja eigentlich gern irgendwie geregelte Arbeitszeiten mithaben. Und jetzt nicht, dass man sagt, man fängt morgens um acht an und hat dann eigentlich abends um acht Schluss und steht dann aber noch bis um elf in der Praxis. Das ist für mich, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Das ist wirklich diese Anerkennung, dass es sich um Frauen handelt. Dass halt eine Frau irgendwann auch mal einen Kinderwunsch hat, dass das irgendwo vereinbar gemacht wird. Und noch ein Punkt schreckt die Studierenden ab. Die schlechte Bezahlung. Das empfohlene Einstiegsgehalt liegt bei 3130 Euro brutto. In der Realität ist es oft noch deutlich niedriger. Die Landwirte können nichts an den Tieren ändern. Das ist einfach so. Wenn die Kuh in der Nacht gebärt, dann ist es so. Man muss dann halt auch zu späteren Stunden noch arbeiten und das muss dann halt auch dementsprechend honoriert werden. Eine bessere Bezahlung, dafür müsste die Gebührenordnung für Tierärzte reformiert werden. Für die ist das Bundeslandwirtschaftsministerium zuständig. Dort heißt es, man prüfe eine Novellierung der Gebührenordnung, die durch eine Anpassung der Entgelte für tierärztliche Leistungen die Attraktivität der Nutztierpraxis für Berufsanfänger wieder steigern sollte. Es könnte also mehr Geld geben. Wann steht nicht fest. Kurzer Zwischenstopp in der Praxis. Medikamente nachladen. Hier ist Leopold Deger seit vier Jahren angestellt. Sein Chef, Georg Scheitle, hat die Praxis zuvor 30 Jahre lang alleine geführt. Ich war eigentlich der typische Vertreter dieser Einzelkämpfer-Mentalität. Das waren durchaus 10, 12 Stundentage und eigentlich regelmäßig ein, zweimal die Woche im Nachteinsatz. Ein Modell, das junge Tiermediziner nicht mehr wollen. Es braucht familienfreundliche Arbeitszeiten, auch für Nutztierärzte. In einem Jahr wird Leopold Deger die Praxis übernehmen. Dafür muss er jetzt Mitarbeiter finden. Denn auch er hat Familie und will nicht rund um die Uhr arbeiten. Ich wünsche mir sozusagen eine Zusammenarbeit in einer Praxis, wo man die Nacht- und auch die Mittagsdienste, die Sonntage, fair so verteilt, dass jeder mal ein Wochenende wegkommt, dass jeder weiß, heute Nacht werde ich nicht angerufen. Ich kann auch mein zweites Bier aufmachen, weil ich muss heute nicht mehr fahren. Das ist in Ordnung. Mittagspause für Leopold Deger. Am Abend geht der Dienst weiter, wenn bis dahin kein Notfall kommt.